Mit 15 kmh durch Europa Ich bin hier am Campingplatz in Nantes, in Frankreich. Das Zelt ist aufgebaut, ich bin gestern Abend angereist und habe das Zelt hier aufgebaut, auf diesem Platz 72b. Und habe dann festgestellt, hier gibt es keinen Strom und ich brauche natürlich sehr viel Strom für meine Geräte. Ich war jetzt an der Rezeption und die waren so freundlich und haben mir jetzt einen Zeltplatz zugewiesen, wo es auch Strom gibt. Das heißt, ich werde jetzt hier abbauen und übersiedeln. Obwohl hier natürlich die Sanitäranlagen sind, das ist natürlich recht praktisch neben dem Zelt. Nun, seit gestern Abend befinde mich in Norte. Zwei Tage folge ich schon dem Eurovelo 6-Radweg, der vom Atlantik bis zum Schwarzen Meer führt. Die Anreisezeit eingerechnet, schleppe ich schon zwölf Tage gut 170 kg, mein Körpergewicht eingerechnet, durch halb Europa. Noch vor dem Umzug gönne ich mir ein Frühstück. Am Campingplatz tummeln sich viele Security-Kräfte, daher beunruhigt es mich nicht, dass ich nicht in der Nähe des Zeltes bin. Verratet ihr mir bitte euren Namen? Laurent? Yael. Yael? Und die Kinder? Jane? Modena. Modena. Auf der neuen Parzelle gibt es Strom und Wasser. Vor dem Mittagessen wird geduscht und die Wäsche gewaschen. Die Sanitäranlage glänzt vor Sauberkeit. Anschließend wird die Wäsche getrocknet und das Mittagessen zubereitet. Am Nachmittag sehe ich erstmals einen ferngesteuerten Wohnwagen. Den Abend gestalte ich mit der Nutzung der sozialen Medien. Du willst wissen, wie die Radreise durch Europa weitergeht? Klick rechts unten auf Abonnement und danach auf die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.